ja hallo zur zweiten folge wir sind immer noch schön in der mine wollen jetzt mal auch mal richtig loslegen vielleicht kriegen wir sie auch mal hin so professionelle statur und so kriegen wir bestimmt hin auch wieder dabei goleodion immer noch und ich suche mal deine quality ist irgendwo abhanden gekommen meine ich ja nicht korrig so ist immer noch brav dabei ich lade ihn mal aus weil die ist bestimmt voll ich lade sie mal aus mit vollen taschen läuft bei mir so gar nicht so wie in diablo so schmissbar zurück anfang vom rift das bezweifle ich schwer aber dann müsste wenn oben sein gucke ich gleich mal aber ich mach mal hier zumindest mal grundlegend mein inventar leer ich habe viel zu viel schmutz mitgenommen ich mach mal die kohle da oben rein nein jetzt ja richtig da musste jetzt tantien ja vielleicht kommt er jetzt gleich an hier so entweder mitmachen oder ich muss mal gerade mal schauen ich glaube ein bisschen leise ich meine du hast mittlerweile so viel quer gänge getrieben dass ich eh keine ahnung mehr habe wo was überhaupt noch hingeht ja ich hab das war im prinzip eigentlich ich habe immer gänge gemacht dazwischen eine wand stehen lassen und eigentlich wollte ich mal so eine weißt du eine nach rechts graben lassen eine in die andere ja hört sich jetzt so an äh naja ich lass es das kann ich mir jetzt wenn sie es erklären ja ich leuchte jetzt mal hier so ein bisschen alles aus was hier noch nicht so ausgeleuchtet ist wobei mir einfällt ich glaube ich war jetzt die ganze zeit nicht so pralle zu hören weil ich glaube mein mikro vergessen habe bisschen ranzuholen ich habe ja mein tolles stand mikrofon hochprofessionelle erste folge zum glück habe es bei drei minuten in der zweiten gemerkt ja klar ich glaube ich gönne mir noch eine diamant spitzacke ja komm bau dir doch so eine spitzacke kannst du ja auch von dings bauen die kannst du wenigstens reparieren und hat dieselben eigenschaften warte mal ich komme mal kurz hoch dann erkläre ich dir dass wir es funktioniert was brauchen dafür wollte auch jemanden ein und die verschwinden sachen eingesteckt nein jetzt habe ich mir extra so druckplatten auf dem boden gebaut damit die türen automatisch zu gehen ich mache sie immer noch mit hand zu wie läuft ne brauchst gar nichts alles hier nimmst du ein stack cobblestone jetzt bin ich bei einem diamant weg geschmissen hm läuft stack cobblestone ja so dann gehst du an diesen äh 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 wie heißt der paar bilder ja cobblestone äh mossi nicht so du brauchst einmal genau diesen stone binding brauchst du einmal dann das sieht aus wie ein x das kleine tool binding ja genau ich glaube dass es das ist ich bin mir jetzt nicht mehr sicher müssen wir mal testen dann brauchst du einmal den pickaxe hat pickaxe hat pickaxe hat ja da hab ich schon doch hier in der kiste ja eigentlich hätte ich ja so nett sein können hab grad mal kurz getrunken bist du nicht nett hm bist du aber nicht nett so dann gehst du jetzt hier in die toolstation drückst auf die pickaxe und fügst alles ein jetzt nimmst du erstmal die stone pickaxe raus ja und dann gehst du auf das reparieren und legst die pickaxe rein und den diamanten dazu jetzt hast du diamond und dann ist es nämlich mining level obsidian ihr läuft bei mir ja 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 ne die reparierst du mit cobblestone so nice die leute und jetzt wenn du noch geiler warte mal komm mal zurück schon geil genug noch geiler ja blablabla jetzt nimmst du mal hier aus der kiste hier 50 redstone 50 redstone yes ich nehme einfach alle ja du brauchst nur 50 dann gehst du mal hier wieder ran an die wieso warte 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 ja war da die curry drin und dann ne äh und dann nimmst du 25 und 25 und machst das mal auch da mit der toolstation drauf toolstation legst du oben 25, unten 25 pickaxe rein man muss das halt immer wieder durchziehen das ist halt der nachteil ja musst du halt immer von rechts nach links wieder legen und dann so lang durchziehen bis kein redstone mehr da ist so ich mache hier 25 ja jetzt machst du rechts krieg und 25 25 jetzt siehst du sie immer wieder durch immer wieder durchziehen bis alles weg ist dadurch wird sie schneller musst du nicht so lang hacken ja es macht wieder auf englisch emerald was immer ja du könntest dann noch ein emerald drauf machen aber ich weiß nicht mehr was das bringt das macht ihn irgendwie auch stärker ich glaube da war ja noch ein emerald drin das grüne das grüne das grüne dadurch wird die glaube ich auch noch mal stärker du ne denkst du haltbarkeit ja dann ist ja auch nicht schlecht hält sie länger ja gut dann herzliche kurs zu deinem ersten tinker tool ja super so turtle hab ich trotzdem nicht woher 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 ganz toll wie soll ich denn das bezahlen ich krieg da noch gar nichts gut dann gehen wir mal da durch schmack schmeißen wir uns mal in der abgrund bür bür ist auch wieder gut ne fünf minuten lang sehr kreativ oben irgendwas gemacht und die zuschauer fragen sich warum müssen wir jetzt gucken dann müsst ihr euch drinnen gehen wieso wir haben doch sehr effektiv die jetzt eine spitze gemacht salz was zur hölle also ich habe irgendwie das gefühl dance coal das gibt es auch noch also was es hier alles gibt feier infuse stone jetzt wird es aber echt abgefahren also ich glaube mehr als 50 kannst du deine deinen teilen nicht los schicken ja das geht nicht 50 weil ich glaube wir haben jetzt gerade einen haufen zeug verloren was auf dem boden gefallen ist und wir haben es nicht eingesammelt also du hast jetzt 100 losgeschickt dann schicken noch mal 50 los was auch wichtig ist er wird noch mal los schicks wir müssen hier noch junk loader aufstellen wieso macht man eigentlich keine geräusche mehr ich glaube es gibt irgendwie so ein ton pack oder so kann ich weiß nur was ich jetzt nach der folge mal definitiv machen werde ich halt immer also schön drogen rein pfeifen ist das drogen gesagt kids nimmt keine drogen ich meinte was tut er in view stone ich werde immer hier an die ist der mini karen pfeifen weil ich habe schon wieder die ganze zeit danke stürzt sich ab natürlich gut dass wir jetzt dann nicht mehr raus kommen man sollte treppen und den fangen kerzen so wir haben einen turtle der turtle trend los das ist schon mal ganz gut wir kriegen unsere ersten ressourcen ja später müssen wir uns dann irgendwie mal ein sortierungssystem bauen kann man nämlich auch mit diesen tollen system was ich da hat für die kohle kann man das auch schön bauen es gibt da nämlich auch filter dann kannst du zum beispiel vor eine kiste und filter setzen und sagen ich nenne nur cobblestone ich meine später mit dem me system ist das dann eh relativ was trafst du da und das braucht man total und später irgendwie musst du so cobblestone dance cobblestone und die 1 weiter sogar bauen double dance für irgendwas ok ja eigentlich nicht für was aber für irgendwas ja das kann man ja auch glaube ich mit diesem me zeug kann man das eh dann so basteln dass du da irgendwie in der maschine kannst du dann ähm cobblestone reinjagen und der macht automatisch dance cobblestone draus das müssen wir uns dann irgendwann mal anschauen wie man das am geschicktesten macht weil da brauchen wir dann schon ein bisschen ahnung von das ist dann so redstone geschichten da habe ich noch nicht so viel ahnung von aber das kriegen wir bestimmt hin ich glaub an uns wenn wir irgendwann mal viewer haben können wir auch die viewer fragen dass uns was in die kommentare schreit ja wenn ihr es wisst wie es geht schreibt es in die kommentare wahrscheinlich habt ihr es bis ihr es gesehen habt haben wir es schon längst rausgefunden aber schreibt es in die kommentare ja mach das mal aber da hat schon wieder mal ein frame freeze passiert bei mir auch schön ja ich muss mal gucken dass wir noch ein bisschen mehr ist doof wir haben schon lange kein marble mehr gefunden ja aber ich habe keine lust dazu suchen nach das ist mir zu doof ja fürs haus fertig bauen habe ich zwar mal besucht aber ja es war genau so spaßig clay zu suchen weil für dieses meldery braucht man clay das hat ganz viel spaß gemacht ja man muss sich trotzdem suchen gehen war ganz ganz spaßig so ja der kleine ruckelt los das ist schon mal ganz fein irgendwie ist mir das hier dieser vorraum der ist mit so tief ich fühle mich da voll bedrückt ich mache den 1 höher ich dann baustil der der stört meine munkischen sinne ja also ich glaube ich meine du kannst das glaube sogar noch züchten da kommt ja immer noch quats sand wird raus und diesen dass den kannst du glaube ich in wasser schmeißen oder so irgendwas und dann wächst da ein kristall da bin ich mir aber nicht hundert prozent sicher man möge mich korrigieren schreibt es mal in die kommentare so weit so schön würde man sagen wir sind schon wieder bei 16 minuten können wir gerade mal hier schon wieder beenden bei unserer hochprofessionellen mining aktion ich sag mal von meiner seite bis zur nächsten folge ich sagst du noch was sagen